Gebraten. Mhm. Was erzählt ich da gerade für Müll? Äh, Run. Achso. Sag das doch. Pass doch mal auf, was ich labere, ey. Du hast gesagt, du hast gesagt gebraten. Ich weiß jetzt gar nicht, dass ich so einen Scheiß labere. Ja, du laberst immer einen Scheiß. Wie viel haben wir eigentlich? Drei, vier Fische. Dann pass auf mich auf, ey. Was soll denn das? Oh, ich will einen Hund. Ich weiß auch, dass du einen Hund willst. Ach man, kann man da eigentlich ein Gebiet leer fischen? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass das geht. Aber ich kenne mich da auch nicht hundertprozentig ab. Beißen keine Fische mal an. Ja, so geht's. Doch, doch, doch. Doch, wir können... Okay, alles. Was, Treppe oder wat? Ja, mit der Leiter. Komm schon beisein. Ach, egal. Wir haben vier Fische. Vier Fische. So, wie ging denn das jetzt... Wie ging denn jetzt Dingens eigentlich nochmal? War das, äh, war das sooo... Nein. Oder doch? Nee, so. Oder sooo... Oder sooo... Vielleicht... Ah, ja. Ah, alles klar. Ein Zauntor, weißt du? Schwieriger als war meins. Du brauchst dich nicht mehr zu beweisen, denn jeder weiß, wer du... So, ich guck mal hier... Ah, aha, aha, wir haben hier einen Garten. Naja, wir haben einen Garten. Hinten fehlt noch ein bisschen Zaun. Jo, es fehlt hier auch irgendwo noch ein bisschen Glas. Es fehlt an allem, aber egal. Machen wir mal einen Zaun. Mach ich schon mal noch ein bisschen. So, als nächstes, was wir machen? Ja, den Keller, ne? Da muss ich mir noch was machen. Ja, haben wir ja erstmal pennen gehen. Komm, wir gehen mal zusammen pennen. Höh, nirn hier, na. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Ja, guten Morgen. Wir brauchen Fenster, eindeutig. Apfel. Haben wir doch noch Glas? Ich weiß nicht. Ich hab was im Dingens getan. Weiß nicht, ob du jetzt schon alles verbraucht hast. Ne, hab ich. Gut. Weiß nicht, wir hätten lieber Scheiben nehmen sollen. Hm. Vielleicht. Scheiße. Ja, machen wir später noch. Machen wir, ja, ja, später. So, sind wir jetzt hier oben. Komm, guck mal, nach ein paar Folgen haben wir schon eine super Hütte. Super. Oh ja. Super. Super. Scheiße aussieht, aber egal. Hm. Hm. Ich lass es jetzt hier erstmal so. Ähm. So. War schön, dann tun wir es irgendwann mal. Ich werde jetzt mal auf Erkundungstour in den Dschungel gehen. Ich wollte gerade Loot gehen und, äh, Sand suchen. Äh, Sand und Kohle suchen. Sand, okay. So. Holz. Brauche ich nicht. Das brauche ich. Oh, den kann man noch setzen, den Samen? Noch raus. Nö, er hat sie am gesorgt. Äh. Ach ja. Hier. Hier. Ähm, ja. Nee. Ich muss nochmal zurück. Äh, Holz. Hier. Warum hab ich ne R? Was machst du? Spiele WoW. Alles für die Horde. Meine Freundin sagt, sie geht doch. Ich sitz wieder vorm PC. Spiele WoW. Alter. Mhm. Ich hab gerade eben voll falsch gesehen. Aber wo hast du jetzt ne Höhle endlich? Achso, soll man in die Höhle gehen? Ja, also ich brauch auf jeden Fall Kohle. Ja, dann. Ach, das ist ein Schwein. Egal. Komm, dann wollen wir jetzt Höhenerkundung. Moment schnell. Ich tu mir dann mal hier meine alte iTunes-Playlist anschmeißen. Ich tu mir hier kurz mal iTunes eingeben bei Start und hier reingehen. Komm mal mit. Oh, schon da. Oh, jo. Und dann. Äh. Äh. Wo haben wir es? Hier, Nacht-Playlist. Komm, starte. Sehr schön. Dann gehen wir da jetzt... Oh. Okay. Gut. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Ah, da bist du. Ich folge dir unauffällig. Na komm. Und es geht los. Ich muss nur noch ein bisschen Fackeln machen. Höh. Ich bin nicht übermütig. Nein. Kohle! Ja, der hat euch vorhin liegen lassen. So. Ich ja nicht. Geht's mal hier. Oh Gott, ich hör schon wieder den Schleim. Komm mit. Wir gehen zusammen. Also ich stürz mich ab und zu mal auf ein bisschen Kohle in den Tod. Naja, das ist aber normal. Na komm, dann gehen wir hier unten weiter. So. Komm, wir gehen mal hier lang. Hier ist Eisen. Brauchst du Eisen? Ich will nur die Kohle. Weg. Ich seh, hinten ist ein Creeper. Oh, hier so ein Pilz. Höh, wo? Hier, mir ist alles so hell. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ah, ich habe schon eh wieder so einen Schreck gekriegt, ey. Der Schlimme? Ja. Wenn man sonst immer nur auf Creative zockt. Das ist, wow. Das ist krass. Der stand direkt vor mir einmal, ich verstehe. Ah, Hilfe. So. Früher hatte man wenigstens noch was zu essen, was man spam konnte, um wieder gesund zu werden. Das gibt es ja auch nicht mehr. Aha. Ne. So. Okay. Ich höre ein Zombie. Aber Kohle. Ich sollte vielleicht auch die Spiele anmachen. Was anmachen? Die Spiele-Sounds. Die Sounds, ja. Na, was sollst du immer machen, ne? Dann werde ich nichts überrascht. Na ja. Teilweise schon. Aber nicht so wie gerade eben. Da stand ja direkt hinter mir. So, gehen wir mal hier weiter. Oh oh. Mama. Oh. Ich bin ja auch schlau, ey. Ich bin ein Creeper. Fuck. Lama. Oh, ich weiß irgendwo dazwischen. Bist du das? Das ist bei mir, ja. Hau ab, du Arsch. Komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich muss Holz hacken. Das geht nicht. Bist du wohl allein überleben können, Junge. Ey, das ist gerade ganz schlecht. Spiele! Ist sowas. Jetzt kommt ja sicher irgendwas von hinten. Komm her. Huuu. Oh mein Gott. Oh nein, nein. 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 Boah. Joll. Nix. Zombie. Oh mein Gott, ey. Na komm her. Du scheiß Schwarte. Oh mein Gott, ey. Piss Snake, komm her. Ach. Hoi. Ich hab mir mal deine Idee gekaut, ne? Jaja, das ist mir doch egal. Oh, ist das kranke Mucke. Ist Nether und Po eigentlich an? Was? Hölle und hier Wind und so. Ja, das ist an. Da können wir auch hingehen. Gut. Ja, von daher dann erstmal Endermans killen, ne? Oh ja. Da finden wir ja irgendwo so'n. Ne Festung. Oh, das wär das geilste. Festung. Das wär geil. Vor euch. Vor uns wär das Schock des Lebens garantiert. Mhm. Ich wär ein Zombie. Da ist er. Was du gar nicht als to be famous. To be fame? Naja. Hup, komm. Hab ich eh schon, aber trotzdem. Ne, ich will dich ja mitziehen. Weißt du Bescheid. Jaja, ist klar. Genau, beschütze mich. Ja, was meinst du, was ich hier mach? Ach so. Hier geht's noch viel tiefer rein. Irgendwie müssen wir auch wieder rauskommen, ne? Das weißt du schon. Ah ja, wir haben irgendwie... ...schon... ...schaffen. Und wir wollen nicht so oft den Warp-Buffet... Ich hab'n... Ich hab'n Dungeon gefunden. Juhu. Echt jetzt? Was für einer? Zombies. Na gut. Wow. Lass aber zu Eisenzeug fallen. Das ist toll. Oh oh, ein Skelett. Oh nein. Kriegst du's hin? Ah! Ah! Hilfe! 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 Nein! Ein Spinnennetz! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Alter! Wollte ich mich verarschen? Was ist los, Junge? Du wirkst gestresst. Ja, ich wollte ja die Zombies killen, um an den Spawner zu kommen. Aber dann kam ein Skelett von hinten und dann bin ich in ein Spinnennetz und... Huuuah! Achtung, ich mach' die andere Seite hier! Boah! Ja, leck mich! Fuck, hier ist drin. Fuck, hier ist drin. Kiste! Redstone! Brot! Nimm die Kiste mit! Warum? Ja, weil wir Christen brauchen. Das war eigentlich ein Holster. Jetzt bin ich wieder hier irgendwo weggekommen, wo ich eigentlich... Ich nehm' den Mosley Cobblestone mal mit. Meinst du mich? Ja, mach' ich leider. Ne, ich mach das schon. Achso. Ich will den. Alter! Schock meines Lebens, ey! Das geht mal gar nicht, Alter! Wie viel Leben hast du noch? Ich hab' wieder voll. Ich hab' Essen dabei. Okay. Ja, ich auch. So. Ich hab' keine Fackeln mehr. Nein! Aber wir können ja auch so'ne Art EP-Maschine aus dem Spawner bauen da, dann können wir erstmal ein bisschen EP sammeln immer ab und zu. Ja, das bringt uns halt zwar überhaupt nix, aber... Doch, wir können hier Tränke mischen. Achso. Oder ist das schon wieder? Sein neuestem Geil geworden. Ich hab' mich mit dem... Den Tränken hab' ich mich noch nie beschäftigt. Ich kenn' mich da nicht aus, was man da machen muss. Ich auch nicht. Doch, nur den Instant Damage Trank, den hab' ich mir mal angeguckt. Hm. Mit denen du Monster bewirst und die dann sterben. Ein Creeper! Juhu! Spawn! Kannst du jetzt mit mir spielen? Tatsache. Aber ich... Ich wurde denn... Uuuuh. Was? Ich mach' hier grade Party. Merkst du schon, wa? Naja. Ich hab' Lapislazuni gefunden. Toll. Oh, wo wollt' ich jetzt eigentlich hin, Mann? Ah, genau. Ich dachte schon, das sind Diamanten, aber dafür hab' ich gar keine Eisenspitzhacke dabei. Ja, ich hab' ne Eisenspitzhacke. So, wo wollt' ich denn jetzt hingehen eigentlich? Oh, hi, Creeper. Na, wie geht's denn dir? Okay, hier unten war auch noch irgendwas, genau. Und dann bin ich ja von hier gekommen. Genau. Dir war das andere scheiß Dreckskelett. Ja, hi, hier bin ich. Ach, da bist du, lol. Oh, da ist... Über dem... Hier ist Lava, cool. Also tropft Lava sozusagen auch durch die Wände und durch alles durch. Das wusste ich gar nicht. Tja. Wie man verpasst, wenn man nur mit Creative zockt, äh. Schon, ne? Skelettetanz! Nein! Ich bin schon wieder ganz anders als... Nein! Nein! Du, 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 du.